Oh, ein Diamond Random. Der ist gut, wenn du als Random Diamond bist. Oh, das ist ein Faker. Ihr dürft euch Musik wünschen übrigens. Jens, David und Jonas. Ich werde auf jeden Fall erstmal wallen und werde relativ früh scouten, weil ein Random kann halt immer schön schießen, was ich die meisten mache. Wenn es ein Terra ist, mache ich den berühmt-berüchtigten Bubble Hellion Drop. Wenn er Terra ist. Wenn er Terk ist, mache ich das, was ich immer mache. Was heißt, was ich immer mache? Was ich meistens mache, das, was ich gerade gemacht habe. Da fühle ich mich sicher. Wenn er Trotos ist, mache ich auch einen Drop. Battle Hellion Drop. Oder? Hm. Wenn er Protos ist. Warum rege ich da? Beide ich sera nach. Jetzt muss ich das. Warum rege ich da? Was wettet ihr? Ich wette, es ist ein Zerg. Nee, es ist kein Zerg. Ich hab Bock auf ein Zerg. Uuuuh, Terra Terra! Es könnte sein, dass er eine FE spielt, wenn er kein Gas hat. Das würde mir sehr entgegenkommen. Ja. Ist eine FE. Okay. Dann muss ich auf jeden Fall dicht machen. Oh, ich hab dich kippt. Jo, ist auf jeden Fall eine FE. Okay Boys & Girls, ich zeig euch jetzt einen geilen Battle-Hellion-Job. Für euch natürlich viel Gas. Oh, das ging fast in die Rosas. Ich habe einen Milch Ihren. Oh schieren aus, ich habe einenyl Поflkunst. Doch, ich hab gefällt. Weimlichроб. Oh, ich habe den Tawhiほ thee und wieder den Tyros gearbeitet. Ich habe den Tawhi. Oh, das ist eine Albel-Ens oxygenation. Hmm, okay. Kommt ein bisschen später als ich wollte eigentlich, aber scheiß drauf. Er kann mich auch tricksen und jetzt doppelt Gas nehmen, aber eigentlich ist das sehr unnötig. So, wenn das fertig ist, kann ich die Produktion beginnen. Und dann kommt die Madness von der Sky. Hmm, ja, das ist ein bisschen spät gekommen. Oh, shit. Na ja, scheiß drauf. Ja, würde ich ein bisschen spät. Na ja, ich werde trickhaft, ne? Oh, fuck. Jetzt bin ich gespannt. Ah, er sieht's nicht. Er sieht's nicht. Ohohoho, schirr. Er sieht meine FE. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, ich hab die gedot. Ich hab die gedodged. Ich hab die gedodged. Ich hab die gedodged. Oh, fuck. Das hab ich nicht gedodged. Nein. Oh, nein. Hä? Boah, ich hab so'n Vorteil. Den darf ich mir jetzt nicht verhauen. Oh, nein. Ich nehme immer noch Ich muss jetzt gehen wo die Scheiß-Mind sind Ja Ja Das ist ein... F***er Spieler Ich höre dich! Ich bin schon in Schaub, Chef! Fuck you, man! Ich behaupte mal, ich habe mehr Workouts. Ganz frech. Das Betrug, ich bin ja. Es geht! Ich gehe nur mit dem Handel! Ich gehe! Dann sind wir! Ich bin jetzt! Ich habe ihn! Was mir nicht erwartet ist, dass ich so richtig heftig droppe Fuck Lol Yes